1, 2, 1, 2. Sehr schwer. Mach es uns nur so lang. Den Bauchspann halten wir uns. Den Rücken unten spürt. Das andere Reitigkeit zurück, was wir vorbekommen haben. Maximal 8. Maximal 4. Noch 2. Und Stopp. So, das ist die Pause. Einmal machen wir es noch. Machst du es nur so lange in den Pfadstern und mal im Kölz. Und natürlich, das ist sehr schwer, weil du jetzt nicht mehr. Einmal noch. Beide hoch. Verrücken in den Boden. Achtung, ja, die Höchst. Wenn du jetzt fertig bist, geht's noch. Jetzt ist es noch hoch, dann machst du noch eine Pause. Und stellst du den anderen noch mal ein. Maximum 8. Maximum 4. Maximum 2. Und Stopp.